So Freine, herzlich willkommen zurück zu Trine 2! Und es geht schon rasant weiter. Tja, großartig. Was? Alter! Au! Was ist hier schon los? Ja, am Anfang geht's los, ey. Ich fasse es nicht. Oh, okay. Fuck, das ist gerade scheiße. Nein, komm her, runter mit dir. Nein, komm runter. So. Oh! Au! Och, fuck! Darauf war ich nicht vorbereitet. Wie man vielleicht gemerkt hat. Achso, jetzt mal hier wieder. Hm. Alter! Das ist der Beklopter. Nein! Okay, das geht schon mal super los hier, die Mistaufnahme. Äh, das soll man machen. Komm! Ach, Mädel. Das ist der Beklopter. Der. Der Scharschen! Ja, genau. Ja! Lass mich doch in Ruhe. Ach, fuck! Leul ey. Achso. Hier war so'n Ding, cool. Ah fuck. Ja, es läuft schon besser. So. War das auch geklärt? Äh, und jetzt? Oh, ich habe auch einen Hebel. Nö. Du hast halt. Äh. Muss ich das? Geht das? Ja, oh Gott. Na, nee, komm nicht da hin. Was hier? Das hinten ist auf jeden Fall hier. Kann ich dich umlenken? Nee, der macht einfach ein bisschen kaputt, oder? Nö, macht gar nichts, okay. Ah. Zeigt mir das doch jemand. Okay. Oh. Sehr schön. das sieht interessant aus steckt jemand fest der schalter macht überhaupt nichts es klingt als würde er klicken das ist richtig zur ruhe hier das ding weg und dann brennt natürlich der fass und ein levelaufstieg knicks machen so probiert es noch mal gar nicht unten geht es alles klar okay schöne fratze im hintergrund ach du scheiße müssen wir schon wieder durch eine schmiede ja, scheint so und da gibt's eine Drohe brauchen Drohe no, no okay war ein bisschen hells aus aber nicht viel hm nee, du bleibst hier jetzt ne Rampe reicht die? schade hübs aber hm das feuer da oben das wenn ich das weg mache kurz da raus okay hm echt sicher ich das wieder mit der bewerben kisten hochschmeiß methode mache na klar warum nie nö 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 okay hat nicht so geklappt wie ich wollte hier gibt's Fässer okay noch etwas jetzt aber komm schon ach mensch noch mal Deus noch mal Deus noch mal Deus hm och lol ok aber wir haben's raus es geht so man muss einfach nur ein bisschen Geduld haben so das war kacke das war kacke so NP yeah gemälde hau aber das ist schlimm hier wenn's wieder heilen sehr gut äh das ist jetzt allerdings ein anderes Problem da kommt Lava die Lava macht bestimmt das Ding kaputt mutig ok die selbe Eigenschaften wie Wasser jetzt macht sie unser Ding bestimmt kaputt macht sie nicht? nicht unbedingt ok doch ok wir haben also nur eine kleine Zeit kleine Zeit kleine Zeitfenster ja läuft oh ab jetzt Feuer ah der macht das dann nicht aus der rennt durch ich fasse es nicht alter kauf großartig äh oh fuck oh fuck hebe hebe macht nix oh hm was hat denn jetzt der Hebel gemacht? hat der das hat der die Luft da angeschaltet? die bringt uns überhaupt aus? das bringt uns hoch? ne das ist ja auch wieder interessant hier ah da oben kommt was ran hin das hab ich gar nicht gesügelt au das war geplant das war auch geplant ach so ich muss natürlich auch so ein Ding nennen ha ha oh Gott klar macht das mit mir nö aber das reicht nicht hm 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 lol hm 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 ja 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 sehr gut äh ach was ein spacko ey ich fasse es nie ich fasse es nie au aah man aah 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 mit dem Agier mach ich überhaupt nix gegen den hm mhm jetzt den Checkpoint ja ist immer wieder hier großartig achso jetzt sind da eine Plattform da naja laufe tut weh ok und jetzt wird er wieder hoch wo klacken obwohl kommen die schon obwohl kommen die natürlich schon komm lange machst du vorne mal ab halt der Helm ist aus so das war so ja das nehmen wir jetzt auch mit so hm das war kein so cooles naja das war zu hoch das war ziemlich lucky logisch das eh nur mal dass wir es geschafft haben pfff nein ja nein schau äh alter mp du weg du weg du weg der magische welt hat ein menschenkönigreich weit im westen erreicht what sie haben eine menge fette schweine und leckere schrafen nie wieder schmecken wir verstecken uns im wald greifen im dunkeln an und klauen alle ihre schweine ahhh und ihre kuchen und ihre kuchen und ihre kuchen ihr bier und ihre frauun unser bier pssst schweine und schweine kuchen und frauen das will man mehr die wissen was gut für sie ist mp mp den spaß machen wir uns jetzt hier noch äh bitte ganz weg so unser altbewährtes schild wieder sehr gut wo so geschafft ja und mit schweinen kuchen und frauen werden wir diese Folge ich hoffe es hat euch gefallen wie immer und ja bis zum nächsten mal ciao